Hi Servus ich bin's der Andi und ich wollte nur mal sagen dass ich ein... ich bin echt ein Idiot ne? Sagen wir jetzt, wir haben 10 vor 8 und mir ist gerade aufgefallen, dass wir schon Mittwoch haben. Ich war fest der Meinung, wir hätten heute Dienstag und ich würde jetzt einen LS17 aufnehmen und dann für morgen hochladen. Ja irgendwie, keine Ahnung, ist mir die Woche davon gerannt und ich habe es nicht geschafft. Für heute, für heute morgen um 9 Uhr ein Video aufzunehmen. Deswegen... Entschuldigung. Tut mir leid. Ja Livestream wird mir auch keinen mehr geben. Ich muss noch einkaufen und bis ich dann fix und fertig bin, haben wir bestimmt wieder 10 Uhr. Da schaut eh keiner mehr zu. Deswegen, ja morgen kriege ich auch keinen Sinn. Da muss ich noch auf die Ämter. Wird wohl wieder Freitag werden. Sorry dafür. Trotzdem hier so ein kleines Lebenszeichen von mir. Ja deiner. Komm schon hier.